In Wolkenstein sahen wir die erste große Lok, eine 50er vor einem Güterzug. In den zwei nächsten Tagen besuchten wir dann Werberstorf, Nossum und Riesa. Schöne Dampflokomotiven gab es zu bewundern. Untertitelung des ZDF, Nossum und Riesa. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wieder geht es auf eine Hauptbahn, diesmal mit einem Sonderzug des Deutschen Modelleisenbahnverbandes der DDR mit den Loks 44-14-12 und 74-12-13 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020